Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es um das Grillieren geht, sind die meisten Feuer und Flammen. Fürs schöne Wetter kann Coop zwar nicht garantieren, aber für alles, was es für einen richtigen Grillplausch braucht. Für den Gaucho-Gussgrill, den man waagrecht und senkrecht benutzen kann, über die Holzkohle und die geruchlosen Zündwürfel bis zu dem unentbehrlichen Zubehör. Für das, was auf den Grill kommt, fragen Sie am besten den Coop-Metzger. Er weiss, welche Stücke sich am besten eignet und freut sich, wenn er sie beraten darf. Saftige Buletschenkel, feine Kalbsbrotwürste und rassige Riese-Servola sind jetzt zu Aktionspreisen erhältlich. Anschliessend zeigen wir Ihnen gleich noch weitere Aktionsangebote. Mich müssen Sie jetzt leider entschuldigen. Morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop italienische Pfirsich, das Körbli an 1 Kilo nur 1,60. 4 Semmeli oder Mützli statt 1,80 nur 1,35. Und bis am nächsten Dienstag 2 Tauben Tommi-Mayonnaise statt 4,80 nur 3,70. Diverse Duschprodukte 70 Rappen günstiger. Auf Wiedersehen!